Es gibt beim Hausbau sehr viele Begriffe und Wörter, die man erst mal anders verstehen kann, als sie eigentlich sind oder wovon man vielleicht von einer gewissen Basis oder von einem gewissen Leistungsumfang ausgeht, der aber nachher gar nicht dahinter steckt. Das schauen wir uns heute an und dazu habe ich euch heute auch noch weitere wieder spannende Themen mitgebracht von einer Baustelle, mal wieder so einen kleinen Mangel, den man vielleicht leicht übersehen würde, der aber große Folgen haben kann und dann haben wir noch einmal das Thema Bauen mit Architekt, was wir ja diese Woche als Video am Mittwoch hatten, dieser Erfahrungsbericht von einer Bauherrin, die mit dem Architekten keine so guten Erfahrungen gemacht hat und da habe ich euch heute auch noch mal was mitgebracht dazu, weil da gab es auch super, super viele Kommentare und da steigen wir heute mal ein und damit herzlich willkommen zu Smarter Bauen und Sanieren. So, wir starten mal mit dem Baumangel, den wir heute hier haben. Ich blende euch das mal hier wieder ein und da geht es um den Außenfühler der Heizung und dieses Kabel, wo hier der Pfeil drauf zeigt, das muss separat isoliert und verputzt werden, weil dieses Kabel an sich nicht UV-beständig ist. Das heißt, wenn da die Sonne drauf strahlt, dann wird es über die Zeit porös und geht irgendwann kaputt. Und das sieht nach einem ganz, ganz kleinen Thema aus, weil es hängt auch wirklich weit oben an der Fassade, sodass man das vielleicht gar nicht erstmal mitbekommt, dass es ein Baumangel ist, aber es ist einer, weil wenn dieses Kabel kaputt geht, dann funktioniert eure Heizung nicht mehr. Ja, und dann habt ihr da ein Problem und dann findet man vielleicht erstmal gar nicht raus, woran das denn liegt. Also hier auf jeden Fall immer schauen, dass solche Kabel nicht einfach bloß auf der Fassade liegen und dann eben der UV-Strahlung und der Witterung ausgesetzt sind, weil das kann halt nachher die Folgen haben, dass die Heizung nicht mehr funktioniert und man ja dann die Probleme hat, da dann ranzumüssen und das auszutauschen, Fassade zum Teil dann aufmachen und so weiter. Also da immer drauf gucken, ist wieder so ein kleines Detail, was man bei einer Hausabnahme dann auf jeden Fall kontrollieren muss und dann ist man da auf der sicheren Seite, dass auch solche Themen richtig ausgeführt sind. Und daran erkennt man halt wieder die Baufirmen, die sich wirklich darum kümmern, da dann auch nachzuarbeiten und das gut zu machen oder die, die halt sowas dann offen lassen oder das vielleicht von Anfang an gar nicht verputzt wird. Okay, damit kommen wir zu Hausbau mit Architekt, was ja immer noch sehr, sehr viele Leute machen. Und da hatten wir jetzt am Mittwoch einen Erfahrungsbericht dazu von einer Bauherrin, wo da einfach sehr, sehr viel schief gelaufen ist in der Kommunikation, in der Preisgestaltung, in der Art und Weise, wie die Bauherren und der Architekt da zusammengearbeitet haben oder eher auch nicht zusammengearbeitet haben. Und ich habe jetzt hier noch einen anderen Fall mitgebracht. Es gibt aber auch super, super viele Kommentare unter diesem Video, wo die Leute ganz verschiedene Erfahrungswerte zu dem Bau mit Architekt gemacht haben. Also wenn ihr vorhabt, mit einem Architekten das Haus zu bauen, dann lest euch das auf jeden Fall mal durch und geht mal in die wirkliche Auswertung auch mit eurem Architekten oder mit den Architekten, die ihr jetzt vielleicht im Blick habt. Weil das ist hier der Hinweis Nummer 1. Ich würde auf jeden Fall auch Architekten vergleichen. Mal verschiedene Erstgespräche führen, solche Kennenlerngespräche, verschiedene Referenzen anschauen. Also genauso wie wenn ihr eine Baufirma wählt und da verschiedene Angebote vergleicht und eine Vorbemusterung macht und diese ganzen Themen, müsst ihr auch wirklich Architekten vergleichen. Und das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll, damit man weiß, worauf lasse ich mich denn da ein. Weil im Vergleich zu einer Baufirma, wo die Last auf mehrere Schultern verteilt ist, ist es bei einem Architekten meistens so, dass es halt wirklich an einer Person hängt. Und das kann gut funktionieren, muss aber nicht. Wie man jetzt schon, wie gesagt, in mehreren Kommentaren hier lesen kann. Und ich lese euch jetzt mal auch noch einen vor, den ich hier über Instagram bekommen habe. Nämlich, hallo Flo, ich folge dir, seit wir die erste Idee vom Haus haben. Das freut mich sehr. Wir hatten uns für einen Architekten vor Ort entschieden, waren auch erst zufrieden. Doch nach und nach merken wir, dass er keine Übersicht über das Gesamtprojekt hat. Vor allem hat er nicht so geplant, dass es in unser Budget passt. Und wir mussten ihn immer wieder daran erinnern, unser Haus doch bitte kleiner zu planen. Ende vom Lied ist, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Architekten abbrechen mussten, weil seine Planung 150.000 Euro über unserem Budget liegt. Wir haben ihm bereits 10.000 Euro überwiesen. Jetzt möchte er nochmal 10.000 Euro laut Abschlussrechnung haben. Hast du da einen Tipp, ob das anfechtbar ist, weil er halt immer viel zu groß geplant hat? Ja, also, das ist glaube ich auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis an der Stelle. Eine Planung mit dem Architekten, wenn man vorher keine klaren Pauschalen und Verbindlichkeiten vereinbart oder keine klaren Rahmenbedingungen, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Und dann hat man wirklich schnell 10.000, 15.000, 20.000 Euro investiert in eine Planung, die man vielleicht so gar nicht verwenden kann. Und dieses Geld ist aber fällig, weil die Arbeit wurde ja gemacht. Das heißt, hier würde ich auf jeden Fall jetzt, oder kann ich nur noch zu einer Rechtsberatung raten und sich einfach mal grundlegend informieren, mit einem Rechtsanwalt jetzt speziell mal über den Fall sprechen. Ist ja auch wieder wichtig, was wurde denn im Architektenvertrag vereinbart? Auch Architektenverträge kann man ja frei verhandeln. Und da muss man dann auch wieder an der Stelle schon ansetzen, zu gucken, was wurde denn hier vereinbart? Wurde da ein klares Budget kommuniziert zum Beispiel und so weiter? Das sind alles Punkte, die man am Anfang lösen kann. Jetzt muss man natürlich gucken, wie weit kommt man hier mit einer Rechtsberatung? Das würde ich jetzt hier an der Stelle wirklich empfehlen. Auf der anderen Seite sieht man halt, dass man sehr schnell in eine Situation kommt, wo wirklich viel Geld weg ist. Wie gesagt, für einen Plan, den man dann gar nicht verwenden kann. Und deswegen würden wir halt immer empfehlen, überlegt euch wirklich, wenn ihr sagt, wir wollen ein Architektenhaus, dann kann die Mischung aus Architekt macht die Planung, also Leistungsphasen 1 bis 3, und die Umsetzung macht ihr dann aber mit einem Generalunternehmer, mit einer Fertighausfirma, die wirklich das Haus dann komplett für euch umsetzt. Das kann der deutlich stressvollere und bessere Weg sein, wo man zu einer viel kalkulierbareren Möglichkeit kommt, weil, und das ist ja der dritte Punkt hier, beim Architekten bekommt ihr ja auch keinen Festpreis. Sondern ihr wisst ja erst, was der Hausbau gekostet hat, wenn es eigentlich vorbei ist, also wenn das Haus steht. Und da habt ihr natürlich bei Baufirmen, die das dann nachher umsetzen, eine viel größere Möglichkeit, einen Festpreis zu verhandeln, gerade bei Generalunternehmern oder Fertighausanbietern. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und deswegen ist das so die beste Mischung, wo wir auch mittlerweile sehr, sehr viele Erfahrungswerte haben, wo die Bauherren erstmal mit einem Architekten geplant haben, dafür eine saubere Pauschale vereinbart haben, zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegt man da irgendwo, für eine Entwurfsplanung, also Leistungsphasen 1 bis 3. Und dann hat man in der Regel, wenn man sich vorher schon gut Gedanken gemacht hat, über was wird denn der Quadratmeterhaus ungefähr kosten und so weiter, dann kann man sich das ja ein Stück weit hochrechnen, wo man mit dem Haus ungefähr landen muss und kann das den Architekten wieder weitergeben. Und wenn der Architekt nur für die Planung bezahlt wird, dann hat er ja gar nicht diese Kombination aus, er wird nach der Bausumme bezahlt, und hat dann natürlich Interesse, das Haus immer ein bisschen größer zu planen, als es vielleicht eigentlich sein müsste, ja, oder als ihr das wollt. Also wir haben wirklich sehr, sehr gute Erfahrungswerte mittlerweile, was so die Planung, wenn man nur die Planung mit einem Architekten macht und dann die Umsetzung mit einem Generalunternehmer oder Fertighausanbieter, ihr könnt ja dann auch wieder, wenn euch das wichtig ist, dass ihr da, weiß ich nicht, die Waschbecken selber in Italien bestellen könnt, könnt ihr das auch mit einem Fertighausanbieter oder mit einem Generalunternehmer machen, ja. Also da gibt es ja viele, die wirklich auch so flexibel sind, dass ihr a. individuelle Architektenpläne umsetzen könnt und b. eben auch dann die Innengewerke, wo ihr das so gestalten könnt, wie ihr das möchtet. Dann nehmt ihr halt das Gewerk Sanitär raus und macht es dann selber oder mit einem Handwerksbetrieb, der euch genau das anbietet, was ihr da wollt. Also ihr seid ja, auch wenn ihr einen Generalunternehmer oder Fertighausanbieter wählt, nicht komplett auf deren System eingeschossen, sondern für den Rohbau ja, da könnt ihr jetzt nicht sagen, ich würde gern die Fenster in Polen bestellen, weil die sind günstiger, sondern da müsst ihr die Gebäudehülle dann komplett aus einem Guss nehmen. Und dann kann man sich ja für alle weiteren Gewerke überlegen, ob man das mit der Fertighausfirma macht oder eben mit Handwerkern dann vor Ort oder mit Betrieben, die dann das liefern, was man jetzt speziell will, wenn man irgendwo spezielle Wünsche hat. Das ist ja alles machbar, ja. Aber dass man so diese Kombination aus Architekt und Baufirma hat, ist wirklich einer der größten Gamechanger, die es so in der Branche gibt. Und das war ja früher nicht möglich, aber heute ist das einfach machbar. Heute muss man nicht mehr nach der Honorarordnung abrechnen, das gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren. Und da könnt ihr jetzt wirklich eine Pauschale mit dem Architekten vereinbaren. Und dann habt ihr gar nicht das Risiko, dass es gleich irgendwo 20.000 oder 25.000 Euro kostet, sondern ihr habt eine klare Pauschale vereinbart. Und dann geht ihr in die Angebotseinholung. Dann könnt ihr das Haus wirklich zu einem Festpreis bauen. Also das kann ich euch hier wirklich nur nochmal ins Herz legen. Lest euch auch nochmal die Kommentare zu der Episode durch vom Mittwoch. Schaut da mal rein. Und wenn ihr jetzt vorhattet, mit einem Architekten zu bauen, kann es wirklich eine sehr, sehr gute Alternative sein. Damit kommen wir zu Part Nummer 3 heute. Und der ist ein Begriff. Nämlich, wir hatten ja schon öfter das Thema, dass zum Beispiel schlüsselfertig kein definierter Begriff ist. Und wenn ihr jetzt zu fünf verschiedenen Baufirmen geht, dann bekommt ihr fünf schlüsselfertige Häuser angeboten. Die haben aber alle einen unterschiedlichen Leistungsumfang. Also beim einen sind dann die Malerarbeiten dabei. Beim zweiten sind Bodenbelege jetzt nicht mit dabei. Beim dritten sind dann die Spachtelarbeiten noch mit dabei. Aber dann das Tabizieren und Streichen dann nicht mehr. Also schlüsselfertig kann ganz unterschiedliche Umfänge haben, was den Leistungsumfang angeht. Bedeutet auch, beim einen ist die Bauantragsplanung zum Beispiel mit dabei, beim anderen nicht. Beim einen ist der Sockelputz mit dabei, beim anderen nicht. Also schlüsselfertig ist nicht wirklich klar definiert, was es bedeutet. Ein anderer Begriff, wo ich jetzt diese Woche oder letzte Woche einen Fall hatte, bei dem es auch da zu Verwirrungen kam, ist das Thema Wohnkeller. Auch ein Wohnkeller ist nicht klar definiert. Dafür gibt es keine klare Definition, dass dann zum Beispiel Leitungen unter Putz verlaufen, dass dann auf jeden Fall ein Bodenbelag drin ist oder ein Estrich drin ist oder dass auch wieder die Malerarbeiten und Spachtelarbeiten ausgeführt werden von der Baufirma, nur weil da ein Wohnkeller angeboten wird. Also auch hier muss man wieder auf den konkreten Leistungsumfang schauen. Und in dem Fall war es jetzt zum Beispiel so, dass in dem Angebot oder in den verschiedenen Angeboten, die die Bauherren hatten, zum Beispiel auch drin stand Elektroinstallation auf Putz. Das stand so in den Angeboten. Und die Bauherren sind aber davon ausgegangen, dass, weil es eben als Wohnkeller deklariert war oder weil sie auch den Baufirmen immer kommuniziert haben, dass sie einen Wohnkeller haben möchten, dass dann die Leitungen unter Putz verlaufen. Weil, dass das Kabel auf der Wand verläuft, ist ja jetzt nicht so, was man dann für Wohnraum versteht. Das war aber in der Leistung einfach nicht mit angeboten und auch in den verschiedenen Angeboten, die sie sich eingeholt hatten, nicht mit drin leider. Deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, da drauf zu schauen und in die Angebote reinzugucken und mit den Firmen wirklich nochmal sehr stark in die Umsetzung zu gehen. Sind denn wirklich die Maßnahmen für einen Wohnkeller, also Unterputzarmaturen, Unterputzleitungen, Spachtel- und Malerarbeiten, Bodenbelege, auch die Fensterflächen und sowas, auch zum Beispiel, wenn Wohnraumfenster in einem Keller mit integriert sind, dann sind die häufig noch ohne Rollladen, weil das ein etwas anderes System ist, als es jetzt zum Beispiel in einem Fertighaus dann verbaut wird oder in einem normalen Haus überirdisch. Man muss immer gucken, ob da dann auch wieder eine Verschattung mit dabei ist, weil einfach nur ein Fenster einzubauen ist natürlich günstiger, wie wenn da auch noch ein Rollladenkasten mit dabei sein soll. Und das sind alles Themen, die erstmal nicht mit drin sind. Man geht aber vielleicht davon aus, weil immer davon gesprochen wird, dass es ein Wohnkeller sein soll, aber die wirkliche Leistung dahinter muss trotzdem geprüft werden. Und da muss man wirklich das Auge drauf haben, wieder auf die Details, damit man da nicht in Probleme kommt oder nachher hinterher feststellt, oh, das ist gar kein Wohnkeller oder da laufen die Leitungen auf der Wand und ich brauche jetzt nochmal so eine Konterlattung auf der Wand und da wird dann nochmal, also da wird dann die Installation dahinter versteckt. Das sind alles Themen, die halt wichtig sind. Hier vielleicht noch der Tipp an der Stelle, den Kellerausbau, wenn ihr dann wirklich einen Wohnkeller bauen wollt, kann sich auch immer lohnen, das wirklich mit Handwerkern vor Ort zu machen, weil jetzt speziell eine Fertighausfirma lebt ja davon, dass sie Dinge vorproduzieren kann, was sie jetzt beim Kellerausbau aber nicht kann. Da muss alles ja wirklich vor Ort auf der Baustelle gemacht werden und da hat man dann nicht die Möglichkeiten der Kosteneinsparung oder der Synergieeffekte, wie man es jetzt im Haus selber hätte, wo die Wände halt schon vorbereitet werden. Also der Kellerausbau wird meistens mit Firmen vor Ort ein bisschen günstiger und ist ja auch von der Schnittstelle her dann klar getrennt, weil eine Firma, die den Keller macht, jetzt nicht unbedingt dann mit der Firma, die das Haus ausbaut, da kollidiert, sondern das kann man ja wirklich gut trennen und auch gewährleistungstechnisch und dann hat man da eigentlich das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man das mit einer Firma vor Ort macht und kann wieder ein bisschen was sparen. Ja, das mal wieder als kleines Weekly Update. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder wenn ihr einfach mal über euer Bauvorhaben sprechen möchtet, mal Erfahrungswerte zu Anbietern, zu Baukosten etc. zur richtigen Vorgehensweise, dann schreibt mir gerne, wir haben so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten, wo wir einfach mal über eure Themen sprechen können, über eure Fragen. Schreibt mir da einfach an fertighausexperte.com-kontakt Und dann können wir einfach mal einen kleinen Termin vereinbaren und darüber sprechen und wir sehen uns nächste Woche wieder.